Tja, was müssen Sie sonst noch wissen? Irgendwas über meine Familie oder wo ich herkomme, das spielt alles keine Rolle. Nicht, wenn man erstmal den Ozean überquert und sich freigemacht hat von allem. Wenn man auf der Suche ist, wenn etwas schöner, etwas aufregender. Und okay, ich geb's zu. Etwas gefährlicher. Black